In diesem Video möchte ich dir erklären, was Mengendiagramme sind. Mengendiagramme, das sind nichts anderes als Darstellungen von Mengen, die genutzt werden, um die Beziehungen zwischen den einzelnen Mengen zu visualisieren. Schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispiel an. Du siehst hier eine Polygonmenge eingezeichnet als Mengendiagramm. Wie in jedem anderen Mengendiagramm auch, werden hier Flächen genutzt, um die einzelnen Mengen zu repräsentieren. In diesem Beispiel ist die Polygonmenge durch die Ellipse dargestellt. Auch siehst du, dass alle Elemente der Polygonmenge innerhalb der Ellipse eingezeichnet wurden. Dem ist aber nicht immer so. Manchmal werden nur ein paar Elemente repräsentativ eingezeichnet. Das ist insbesondere dann notwendig, wenn es unendliche Mengen gibt. Auch werden oftmals überhaupt keine Elemente innerhalb der Flächen notiert. Außerdem sind Mengendiagramme oft zusätzlich beschriftet. So werden Mengenbezeichnungen neben oder innerhalb der Flächen notiert. Auch werden Farben eingesetzt, um entweder die einzelnen Flächen besser erkennen zu können oder um bestimmte Bereiche des Diagramms hervorzuheben. Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Mengendiagrammen. Einmal das Euler-Diagramm und dann das Wenn-Diagramm. Zunächst möchte ich dir Euler-Diagramme vorstellen. Diese sind nach dem deutschen Mathematiker Leonard Euler benannt. Und hier ist es so, dass die Beziehungen der Flächen untereinander auch die Beziehungen der dazugehörigen Mengen via spielen. Das heißt, genau dann, wenn sich zwei Flächen des Euler-Diagramms überschneiden, genau in dieser Situation besitzen auch die dazugehörigen Mengen gemeinsame Elemente. Schauen wir uns das Ganze mal in einigen Beispielen an. Du siehst hier ein Euler-Diagramm mit drei Mengen. Hier sind die Mengen eingezeichnet der Lebewesen mit vier Beinen, der Tiere und der Mineralien. Du siehst, dass alle Lebewesen mit vier Beinen auch Tiere sind, dass aber nicht alle Tiere vier Beine besitzen. Du siehst auch, dass es kein Mineral gibt, welches selbst ein Tier ist. In diesem Beispiel siehst du das Euler-Diagramm mit den wichtigsten Zahlenbereichen, die du bereits aus der Schule kennst. Und in diesem Euler-Diagramm sind alle europäischen Staaten eingezeichnet mit ihrer Zugehörigkeit zu den einzelnen europäischen Institutionen. Du siehst, dass Euler-Diagramme benutzt werden können, um komplexe Zusammenhänge zu visualisieren. Und im letzten Beispiel siehst du ein Euler-Diagramm mit den britischen Inseln bzw. mit den Staaten, die sich auf den britischen Inseln befinden. Kommen wir nun zu Venn-Diagrammen. Diese sind nach dem englischen Mathematiker John Venn benannt und hier ist es so, dass stets alle Überlappungsmöglichkeiten der Flächen untereinander eingezeichnet sind. Insbesondere auch solche Kombinationen von Überschneidungen, die selbst keine Elemente enthalten. Hier siehst du beispielsweise ein Venn-Diagramm mit vier Mengen. Du siehst, dass alle möglichen Kombinationen von Überschneidungen dieser vier Mengen untereinander auch wirklich dargestellt sind. Demgegenüber ist dieses Diagramm kein Venn-Diagramm, denn es gibt keine Fläche, wo sich entweder nur die gelbe und die blaue bzw. nur die grüne und die rote Fläche miteinander schneiden. Du kannst dir vorstellen, dass deswegen Venn-Diagramme sehr schnell komplex werden können. Du siehst hier ein Beispiel eines Venn-Diagramms mit sechs Mengen. Um den Unterschied zwischen Venn- und Euler-Diagrammen deutlich zu machen, schauen wir uns das Ganze noch einmal an einem abschließenden Beispiel an. Du siehst hier die drei Mengen. Einmal die Menge A, bestehend aus den Zahlen 1, 2 und 5, dann die Menge B mit den Zahlen 1, 2 und 6 und zum Schluss die Menge C mit den Zahlen 4 und 7. Links ist das Euler-Diagramm dargestellt. Hier spiegeln die Flächen auch wirklich die Beziehungen der Mengen untereinander wieder. Demgegenüber hast du beim Venn-Diagramm auf der rechten Seite alle möglichen Überlappungen eingezeichnet, auch solche, die selbst keine Elemente enthalten. Der Türen-Diagramm ist das Euler-Diagramm dargestellt.